Guten Morgen Leute ich habe eine kleine Ankündigung zu machen und zwar das Minecraft Let's Play ist abgebrochen weil ich habe einfach zu viele Parts noch im PC die alle zu rendern hätte zu lange gedauert meine Festplatte war schon voll da hatte ich keinen Bock mehr ich konnte keine neuen Aufnahmen machen und außerdem das ganze Hochladen hätte auch wieder gedauert und bla 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 dann waren wieder Aufnahmen dabei wo das Aufnahmegerät Headphone spinnt und wo ich wieder nicht auf Aufnahme gedrückt habe und bla bla und dann wo Minecraft mal wieder absteht und alles wo ein Telefon klingelt hatte ich einfach keinen Bock mehr also Minecraft LP abgebrochen